Können sie da stehen? Ja, wir können auch einen coolen... Wir können auch eine Arena für die bauen. Keine Ahnung. Und dann leiten wir da die Mobs rein. Und dann holen wir uns da EP. Ja, irgendwie, ne. Haben wir Körbisse überhaupt? Keine Ahnung. Wir können eigentlich mal... Irgendwann, wenn wir kein Leben haben... Alle Spawner in einen Raum mit Pistons schieben. Weißt du, wie ich baue? Ja, das wird aber richtig scheiße. Ja. Das wird richtig scheiße. Bewaffnen wir uns mit einem Piston und einer Redstone-Fall. Kann man Eisscheiben abbauen? Also Eisblöcke, oder? Das wäre cool mit der Schere. Du kannst... Ich glaube, du kannst ja so Schneedinger machen, ne? Ach. Ja. Wenn du da so vier nebeneinander stellst, dass in der Mitte so ein Loch ist sozusagen, und da Wasser reinkippst, ich glaube, das wird dann zu Eis. Ja, cool. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube... Noch ein Schwein. Alter, wir haben konstant... Ziemlich konstant... Lian. Hier sind Lian. Wir haben ziemlich konstant 60 Bilder pro Sekunde. Finde ich gut. Ich baue Lian an. Geil. Das wollten wir ja eh haben. Und hier sind verdammt viele gelbe Blumen. Soll ich davon welche mitnehmen? Ne, ne? Nö. Was willst du mit Gelb? Was willst du eigentlich mit Lian? Können wir irgendwo randitschen? Ja. Oh Gott, das tut. Nicht irgendwo. Wir bauen wenn, dann bauen wir richtig geile Ruinen. Okay. Okay. Okay, hier sind gerade ein bisschen viele Tiere. Die töte ich jetzt mal. Ein bisschen viele Schweine, ey. So. Wir werden dort nie wieder spawnen. Pech. Hier sind viele. Ja, wir haben ja auch welche. Und es ist gut, wenn wir mal richtiges Fleisch kriegen. Schafe. Ähm. Graues Schaf, Mann. Brauchen wir nicht. Aber selten. Ja. Töte es. Hab ich. Hehehe. Hier. Auf den Fett. Eisenohr. Nehme ich mit. Ähm. Ja. Brauchen wir noch zwei Sticks. Warum habe ich so viel Holz? Brauche ich jetzt nicht. Ähm. So. Shuffle. Halle. Tür stört mich, dass das gerade nicht geht. Was für eine Tür? Machst du eine Tür, ein Leuchtturm? Nein, ich bin, hab noch gar nicht. Die, dass die so ein bisschen laggen, die Türen bei uns. Ja. Laggen. Loll. Äh, du wolltest doch jetzt Grundriss machen, oder nicht? Ja, ich fälle hier gerade Bäume, dass die Grundriss gehen. Ey, ich mach gleich mal einen großen Pilz. Ich hab was anderes gedacht, aber hey. Ja. Ähm. Ja, und dann könnte ich uns Filz machen. Ah, wir bauen den Leuchtturm genau über die Schlucht, die ich letzte Session gefunden habe. Nein. Hat man noch nicht gesehen, oder? Hat man das schon gesehen? Ähm. Ach so, die Schlucht. Hast du die schon, du hast das Loch gesehen, ne? Ja. Ja. So, wie markiere ich das? Mit weißem Holz. So, da ist es noch. Dirt hatte ich. Hier sind Tintenfächer, super. Meine besten Freunde, ich sag's dir. Mhm. Soll der genau an der Kante stehen, oder hier, wo ich gerade... Ach so, siehst du nicht. Weil wenn der genau an der Kante stehen muss, muss ich hier noch so... Ja, mach ich. Baue ich halt mal hier so einen kleinen Berg weg. Muss ich ja lohnen, ne? Der Leuchtturm. Yo. Bring jetzt nicht so viele Lianen mit. Nö, die vermehren sich ja auch voll. Vermehren sich schnell, ja. Alter, hier sind irgendwie noch relativ geile Gegenden irgendwie. Bist du schon in neu generierter Welt? Ja. Hier ist auch richtig viel Clay und so. Ich bin richtig weit weg. Aber hier sind geile Sachen. Ah, du kommst noch wieder zurück, ne? Na klar. Nur irgendwann, wenn ich mies weit weg latsche, verliere ich mies die Orientierung. Weil dann sehe ich immer irgendwo ein geiles Gebiet latscht dahin. Ja, ja. Dann sehe ich rechts, links und dann weiß ich nicht mehr, aus welche Richtung ich komme. Aber ich habe Glück, ich sehe voll unsere Mühle, weil die übel hoch ist irgendwie. Ja, unsere Mühle ist geil. Die habe ich knapp noch gesehen und dann... Hatte sie eine sehr gute Idee. Ja, das war schon ziemlich cool. Mühle wollten wir sowieso, ne? Und dann hat er... Ja, und dann hat er die Bewerbung geschrieben, passend dazu. Und er guckt uns auch schon ewig, echt. Ja. Eine Kuh und zwei Schweine. Ich lasse sie leben. Du bist aber heute in Kleberlaune, ne? Ja. Töte sie doch, man. Dann haben wir Fleisch. Gutes Fleisch. Ich habe schon ein paar Schweine und so gekillt. Aber Brot ist auch gut, man. Ja. Hä, und du hast das Feld abgeerntet und wir hatten zwei 64er Brote rausgekriegt. Richtig. Hammer, ey. Müssen wir ewig erstmal wieder nicht mehr ran. Ja. Oh, nö, die Schaufel hält glaube ich nicht durch. So, könnte knapp werden. Nö, sie schafft es nicht. Das weiß ich jetzt schon. Sie wird nicht durchkommen. Ha, sie hat es nicht geschafft. Ich renne zurück. Du, ich habe dich gesehen. Cool. Du kannst Schafe scheren, wenn du Bock drauf hast. Nö. Lian haben wir jetzt 20. Das ist cool. Steak habe ich nochmal drei mitgebracht. Ne, Porkchop. Also, ja. Schweinefleisch. Das erste, was wir in der Mühle einrichtet, ist eine neue Erdekiste, Mann. Irgendwann, wenn wir hier einen Türken mitspielen lassen, wird er kein Schweinefleisch essen. Vielleicht. Wer weiß. Vielleicht macht er es ja an Minecraft. Minecraft. Craft. Craft. Minecraft. Minecraft. Ich habe Schneebälle. Die kann man werfen. Wir können eine Schneewaldschlacht machen. Ich habe drei Stück. Über. Dann habe ich noch 64. Platziere die einfach mal, die Golems, einfach provokativ um unser Haus. Und irgendwann machen wir sie weg, wenn wir da was hinbauen wollen. Also, dass unser Haus so eine Festung ist. Dass die Schutz hat. Ja, mache ich auch. Wir brauchen aber Kürbisse. Oh ja. Haben wir keine? Ich weiß es nicht. Ich gucke gleich mal. Die kann man auch, äh, also züchten sozusagen, ne? Ja. Das stimmt. Bei mir ist gerade so ein Flötenspieler. Ich sehe, wir müssen jetzt die ganzen Mitbringsel hier gerade einsortieren. Ja. Du hast gesagt, Eisen blinken, ne? Ich habe noch kein Eisen gesehen. Ja. Wo bist du? Ich bin da, wo der Leuchtturm entstehen wird. Und zwar jetzt. Es wird nacht, oder? Ich will backen, echt. Ja, so ein bisschen, ne? Wollen wir kurz pennen? Ja, es wird nacht. Lass kurz pennen. Werft er mich mit dem Schneewald ab? Ich habe ihn gesehen. Oh, ich wollte ihn abfangen. Werft. Ich habe noch welche, aber das waren, das anderen sind volle Stacks. Das ist okay. Die will ich aufheben. Ja, dann lass kurz pennen. Ja, warte. Einmal noch kurz gucken, ob ich Kürbisse habe. Ne, doch. Fünf Kürbisse. Ja. Willst du eine Farm davon machen? Ja. Wie wachsen die denn? Ja. Wie Melonen, glaube ich. Ja. Ne, eben nicht. Nicht? Ne, ich glaube nicht. Vor allen Dingen, wir haben Kürbisse und keine Kürbissamen. Ja, die kannst du klein machen, die Kürbisse. Ähm. Wir bauen einfach irgendwo kurzzeitig hier so. Hier. Machst du eine nicht automatische Nebenfälle. Aber lass kurz pennen. Ja, 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 ja. Wir könnten auch mal irgendwann den Höhleneingang da schön machen. Ne? Ne? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Warum? Du ziehst jetzt den Leuchtturm und ich mach da die, äh, Schneegolems. Ich baue die so ein, ne? Wie ich gesagt hatte. Aber diesmal mit Brettern. Ist besser. Was? Was ist denn? Creeper. Die Obkollege. Das gelbe Schaf ist so ein, keine Ahnung, Friedensbringer. Friedensbringer läuft. Mach jetzt. Check. Nicht Mobs töten. Ja, ja, ich will Ruhe bei der Arbeit. Brauchen wir eine Ho? Auf der Höhe. No. Nö, Kürbisse und Melonen wachsen normal. Hä, soll ich die einfach auf den Boden setzen? Die Samen? Mit Wasser, glaube ich auch. Ah, jetzt irritiert. Ich hab jetzt fünf Kürbisse. Die setze ich jetzt erstmal alle auf den Boden. Und dann mach ich sie kaputt, ja? Ja. Mit der Hand. Ja. Dann krieg ich wieder Kürbisse und keine Samen. Super. Warte, kann man, ich glaube, ja, im Inventar kriegt man aus einem Kürbis kriegt man vier Samen. Mhm. Ich mach vier. Habe ich die Erde jetzt weggebracht? Vier Samen lass ich jetzt. Okay. Weil, äh, ja. Dann kann ich nämlich so ums Haus rum verteilt diese Golems machen. Ich weiß sogar schon, wo ich die hinmache. So in die Ecken jeweils, weißt du? Mhm. Wir haben auch so voll die Ecken in den Häusern. Da kommen die hin. Weißt du? Mhm. Bauen wir hier so Schneegolems hin. Und die bauen wir ein, damit die nicht überall ihren scheiß Schnee verteilen. Ja, na, das ist, äh... Ja, ich wollte es den Zuschauern erläutern, ne? Achso. Alter. Ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt meinen ganzen Dirt hier wieder verteile. Das machen wir irgendwann nochmal schöner hier. Das ist ja auch ein schöner Vorplatz, so ist, ne? Ach, ich muss scheiße. Ich muss erstmal noch, äh, Schneeblöcke. Ach, ich, ich muss scheiße. Äh, äh, äh. Ich muss erstmal aus den, aus den, ja, aber reicht. Was mach ich hier eigentlich für einen hässlichen Kreis? Ich kann mich so selber aussagen. So, Golem 1 ist erschienen. Guck, du kannst ihn schon sehen. Da chillt er jetzt so in der Ecke. Ich mach das noch schöner. Mit, mit. Und verarbeitet im Holz. Ist okay. Oh, mein Augenkreis besser werden. So. So, meine lieben Kinder. Alright. So, 40 Wolle hat eine Umrahmung gekostet. Willst du dir kurz den Grundriss angucken? Hm, hm. Ich will nicht. Ich komm zu dir und guck den Schneeblöcke an. Dann kommst du zu mir und guckst den Grundriss an. Ich hab ihn schon gesehen. Du willst ihn richtig krank fett machen. Aber okay, dann wird's immer ein richtiger, vernünftiger. Leuchtform. Dieses Gras regt so auf, ne? Ich schieb das Schaf jetzt hier ins Loch und baue es ein, damit es nicht rauskommt. Juhu. Aho. Hier ist ein Loch. Mach ich zu. Oder markiere ich irgendwie. Da, wo das Schaf ist, ist auch ein mieses Loch. Oh, dieses Gras regt echt auf. Hab ich. Ich bin jetzt voll gemein zum Schaf, Mann. Es folgt mir auf Twitter. Und ich baue es einfach ein. Tada. Ich hab ein Schaf gefangen. Im Loch. Und da ist auch ein Loch gewesen. Ich hab das Loch markiert, da ging es tief runter. So, ich hab, ich hab das sogar so gebaut, dass da eine Mitte ist, ne? Auf den Wegen sozusagen, weißt du? Du laberst hier die ganze Zeit irgendeinen Scheiß. Dabei muss ich mich selbst konzentrieren. Ich mach immer drei Blöcke hoch weiß und dann drei Blöcke hoch rot und dann, ne? Ach so. Nee, mach zwei. Nö, dann sieht der Zug gekringelt aus. Ja, okay. Stimmt, hast recht. Hast recht. Fenster machen wir ganz am Ende rein. Wir brauchen so krank Wolle. Wie konnten wir damit jetzt nur anfangen? Ich hab schon einen Aufmerksamkeit für den nächsten Gast im Kopf, Mann. Sich bei den Schafen hinstellen. Das ist aber scheiße. Ja, das ist aber scheiße. Sich zu bewerben, Junge. War auch fair. Der war aber nicht witzig. Es tut mir aufrichtig leid. Ja, kann's gehen. Aber ich glaube, wenn der fertig ist, ne? Sieht der cool aus. Wenn der fertig ist, ne? Ja. Ich denke auch. Ich baue gerade mies drauf los, ne? Ich hab keine Idee im Kopf irgendwie. Ich baue einfach. Heftig, ey. Konntest heute Morgen nicht duschen. Du hast es nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft, aber doch. Ich hab ja noch geduscht. War zur heftige Aufgabe für dich. Ne, wir wollten eigentlich abends aufnehmen. Und jetzt ist es morgens. Wir wollten nicht abends aufnehmen. Wir wollten aufnehmen heute. Aber nicht unbedingt abends. Ich hab mit abends gerechnet. Und dann kommt er so um 10 Uhr oder so und ruft mich an. Ich hab dich um, Junge. Chill mal kurz. Okay. Wir brauchten mies Aufnahmen. Nur weil ich Hobbys hab. Heftig, Alter. Wir, echt ohne Scherz. Ich wollte nur kurz die Geschichte erzählen. Es war halb elf, ja. Ja, aber das. Und ich hab's dann nicht mehr geschafft zu duschen, weil mein Vater schon im Badezimmer war. Das ist schlimm. Ja. Wenn er sich rasiert, kannst du nicht duschen, oder was? Ne, er wollte ja direkt danach auch duschen. Ah ja, du. Mh, 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 mh. Und das ging alles nicht so. Und... Ist mir auch alles vor, es hat ja alles geklappt. So. Es hat gefunst. Wir haben's geschafft, um viertel nach elf anzufangen. Ja. Es ist jetzt also mittags. Ja, quasi. Nicht quasi genau. Ist so, ja. Boah, Wolle ist gleich alle. Ja, ist alle. Ich stell ihn mir kurz vor.